sehr geehrte frau präsidentin sehr geehrte damen und herren unsere fraktion hat diese aussprache beantragt weil wir den eindruck nicht loswerden dass im bereich bodenschutz im hause des landwirtschafts- und umweltministeriums weiterhin zu wenig geschieht zu wenig um im bereich der beinahe alljährlichen frühjahrs sand verwehungen und den risiken die damit zusammenhängen adäquat zu begegnen sehr geehrte damen und herren sie alle haben sicher in den letzten wochen die erneuten warnmeldungen vor den sogenannten sand stürmen gehört sind vielleicht auch zeuge solcher verwehungen geworden manche zeitungen titeln dann so als ob wir im sahara umfeld leben würden doch den kern des geschehens trifft die überschrift wenn der acker durch die luft fliegt denn was passiert da eigentlich trockener feinkörniger oberboden der zur zeit der starken frühjahrs winde im april nicht von einer vegetation geschützt ist kann bei solchen stark wind ereignissen oder bei sturm vom luftstrom mitgerissen werden und sich zu einer undurchsichtigen staubwehe weiterentwickeln ähnliches passiert mit schnee im winter sie kennen die dann entstehenden schnee verwehungen sie alle kennen aus dem winter die schneefang zäune die gegen die gefahr von schnee verwehungen aufgestellt werden es sind schutznetze genau an den stellen wo der wind besonders viel anderes fläche hat wo es große freie flächen gibt oder wo der düsen effekt erfahrungsgemäß zu verwehungen führen kann aus erfahrung lernen das würde uns der gesunde menschenverstand raten aus erfahrung lernen hieße zum beispiel eine schnittmenge aus den flächen mit hoher und sehr hoher winderosionsgefährdung mit den orten wo im winter winter die schneefangzäune stehen zu bilden und dann aus dieser überlagerung von neuralgischen also von den windverwehungen bedrohten straßen abschnitten genau die orte zu definieren wo mit einem sofort programm windschutz streifen an aus lebendigen hecken gepflanzt und langfristig gepflegt werden sollten oder wo statt mais anzubauen umgestellt werden sollte auf wintergetreide wo eine fruchtfolge notwendig ist oder wo auch auf grünland umzustellen wäre doch an den straßen meine damen und herrn wird ja nur die winzige spitze des riesigen eisbergs sichtbar denn die winderosion die auf den feldern den wertvollen oberboden fort trägt gefährdet ja nicht nur den straßenverkehr schädigt nicht nur die fruchtbarkeit der landwirtschaftlichen nutzflächen nein sie ist ein warnsignal für eine bodenbearbeitung die eben nicht nachhaltig ist diese staubstürme geboren auf dem blanken acker dem die windbremsenden gehölze fehlen sind kein naturgegebenes phänomen wie nebel schneefall oder die nächtliche dunkelheit wenn man von der nacheiszeit einmal absieht und auch wanderdünen außer acht lässt so handelt es sich hier um eine folge erscheinung der nicht nachhaltigen landwirtschaft im besonderen fokus steht hier der mais anbau denn mais äcker werden spät im frühjahr bestellt die äcker liegen gerade zur zeit der starken april winde blank ihnen fehlt die schützende vegetations decke rüben kartoffeln exakt meine damen und herren was gilt es also zu tun die erste und vordringliche forderung ist es wir müssen verhindern dass der boden überhaupt in die luft geht mit einer vielfältigen frucht folge statt mais auf mais über jahre ich verweise hier auf meine mündliche frage aus dem november 2014 auf der drucksache 6 strich 3446 wir müssen eine winter begrünen begrünung und untersaaten und zwischensaaten einfordern und wir müssen windbremsende hecken pflanzen die vielgestaltig sind die bäume und büsche enthalten ja sie werden sicherlich gleich einwenden wenn wir jetzt hier hecken pflanzen fordern ist das ja ein eingriff in das eigentum doch auf der anderen seite wissen sie meine damen und herren eigentum verpflichtet wer also seinen boden wiederholt nicht auf dem acker halten kann der müsste das werfen wir jetzt hier mal in die diskussion müsste in der folge verpflichtet werden zumindest windbremsende anpflanzungen durchzuführen meine damen und herren es ist in mecklenburg-vorpommern kein nischen problem mit dem acker der in die luft geht nein 65 prozent der böden in mecklenburg-vorpommern sind durch wind erosion gefährdet es ist ein das land durchziehen des phänomen dem wir mit adäquaten gegenstrategien entgegentreten müssen dafür setzen wir bündnis 90 grüne uns ein für eine ökologische agrarwende mit bodenschutz bodenaufbau mit gut entwickeltem boden leben denn meine damen und herren jedes gramm humus das fortgeweht wird ist ein gramm zu viel und wenn es auf dem acker bleibt ist es dort gold wert vielen dank für ihre aufmerksamkeit danke und das wort hat jetzt der minister für landwirtschaft umwelt und verbraucherschutz herr doktor tür backhaus